Die Light in Building 2014. Mit einer Energie für Sie. Mit Neuheiten von heute und innovativen Ausblicken für die Zukunft. Danke, dass Sie mit dabei waren. Und für die, die es nicht geschafft haben, hier noch einmal die interessantesten Neuigkeiten von den drei Marken Hager, Berger und Elcom. Seien Sie gespannt und folgen Sie uns. Bis zum nächsten Mal. Bei Berger haben wir allgemein schon in der Serie eine große Möglichkeit und Materialvielfalt in unserem Programm. Die Manufaktur bietet uns hier die Möglichkeit, diese aber noch sehr stark zu erweitern. Wir können Kunden individuelle Lösungen anbieten, das heißt ganz genau auf die Kundenwünsche eingehen. Das gilt sowohl für unsere Schaltermaterialien als auch für die Türkommunikation und genauso für die Kabelkanalsysteme. Bergernet ist ein System, bei dem die Installation im Eigenheimbereich einfach und schnell über den Elektroinstallateur erweitert werden kann, mit mehr Komfort versehen werden kann. Kommen wir zu diesem Produkt hier, das ist ein Universal Tastzimmer zweifach. Der hat viele neue Funktionen, zum Beispiel die Funktion, dass er auch die neueren modernen Leuchtmittel wie Energiesparlampen oder LEDs dimmen kann. In unserem Bereich Modulare Lösungen finden Sie Erweiterungen im Bereich der IP-Technologie. Wir finden hier Türkommunikation integriert in Domovea, sowie unseren IP Videophone Client nun auch für Android-Geräte erhältlich. Musik 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 Ja, wir haben hier einen Störlich-Buggen-Schein. Wir haben hier ein Schutzsystem, was eben diese 100 Millisekunden wesentlich verkürzt, nämlich auf etwa 2,6 Millisekunden. Und in dieser Zeit wird der Störlich-Buggen abgeschaltet, dadurch bedingt, dass wir einen Kurzschließer haben hier, der die Sammelschieben kurzschließt. Und diese Kurzschließereinheit sorgt dafür, dass der Störlich-Buggen die Energie genommen wird und somit erlicht und damit eben keinen Schaden innerhalb der Anlage verursachen kann. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. So viel Neues für Sie. In der Tat, viele neue Produkte und Lösungen, fast immer gemeinsam entwickelt mit Ihnen. Und weil wir so gerne nach vorne schauen? Unser neues Innovationsforum. Der Ort, an dem wir uns austauschen, gemeinsam Ideen besprechen und uns weiterentwickeln. Darum, bleiben Sie mit uns im Gespräch. Gemeinsam wollen wir die Zukunft gestalten. Wir freuen uns auf Sie. Jederzeit.